Hallo liebe Crowdsop-Fans, liebe Crypto-Family und herzlich willkommen zum neuen Weekly Report. Heute reden wir über den Staking Pool, wie lange wird der ungefähr noch dauern, welche APY haben wir noch und was könnte uns erwarten in Zukunft. Dann auch über den Liquidity Pool, der ebenfalls sehr wichtig ist und natürlich auch werden wir die neuen möglichen Einstiege, respektive Kauflevels herausfinden in der Chart-Analyse. Das habe ich für euch vorbereitet. Dann macht es vielleicht gegebenenfalls schon mal Sinn, nochmal USDT ein bisschen in Ethereum zu swappen. Das alles nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, wir reden natürlich heute über den Staking Pool. Viele denken ja Ende Juni, so wurde es aber auch inoffiziell kommuniziert, dass die 40% API verschwinden werden. Nun, Fakt ist, ich habe aktuelle News rund um Staking von CEO Christian Direkt erhalten. Der Geschäftsführer von Crowdsop hat mir bestätigt, dass sie zuerst den Liquidity Pool zur Verfügung stellen wollen, bevor sie mit der API irgendwas anpassen oder nennen. Ich kann es nicht versprechen, dass es aktuell immer 40% sein wird. Es kann sein, dass es vielleicht ab 35% runter geht, aber selbst dann ist es immer noch eine sehr interessante Geschichte. Wenn man jetzt aktuell bei mir schaut, ich bin irgendwo plus, minus so um die 25.000, 26.000 Rewards, die ich bereits schon gesammelt habe. Hat sich natürlich immer wieder neu berechnet, immer wenn ich wieder was dazugekauft habe und hinzugeführt habe. Aktuell habe ich 694.000 im Staking Pool. Wenn das weitergeht, dann sollte ich demnächst auch die 700.000 geknackt haben. Es bleibt da definitiv spannend und ich kann es jedem nur raten, macht mal eine Recherche darüber. Schaut mal, was ihr da überhaupt für euer Geld kriegt, verglichen mit dem, was die Banken euch aktuell zur Verfügung stellen. Das mal zudem, dann zum Liquidity Pool will natürlich Crowdswap ebenfalls attraktiv sein. Das bedeutet, wenn du natürlich dann die gleiche Menge, was du natürlich an Token in den Liquidity Pool reinspielst, in USTT reingibst, dann bekommst du eine Möglichkeit, am Kuchen mitzuverdienen. Das heißt, du kriegst dann Rewards zurück in Form von Liquidity Pool Token und diese kannst du dann wieder swappen in allen möglichen Arten. Also hier hast du definitiv die Chance, wieder mal sehr vieles rauszuholen, ein Maximum rauszuholen. Ich werde sicher einen Split machen, einen Teil vom Staking dann abziehen und in den Liquidity Pool mit einbinden, um auch da den Preis gewisserhaft natürlich stabil zu halten. Also das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Lest es, wie gesagt, gerne mal durch. Wir schauen natürlich gleich noch die Chartanalyse an, durchsprechen diese, damit man sieht, wo gegebenenfalls noch Möglichkeiten sind, günstig Crowd zu kaufen. So, das wäre mal zu dem. Dann haben wir natürlich auch noch Inputs auf der Webseite bekommen, respektive gewisse Änderungen. Und die, liebe Freunde, müssen wir natürlich auch kurz anschauen. So, wir haben hier das grosse Thema Roadmap. Die Roadmap wird im Laufe der Woche noch ein Update bekommen und vielleicht auch jetzt nächste Woche. Denn natürlich eben das mit dem Liquidity Pool könnte ins Q3 oder Q4 gestossen werden, weil dann ist es natürlich schon extrem wichtig, dass die Qualität dafür sichergestellt wird. Was sehr interessant ist, ist zum Beispiel, was im Q2 sonst noch alles auf der Roadmap bereitsteht. Neben dem Announcement, was wir ja wissen, dass das bereits schon relativ gut über Discord läuft, kann man aber sagen, dass das Affiliate-Programm gestartet wird. Also auch hier hättet ihr natürlich dann Möglichkeiten, wieder Token dazu zu gewinnen und auch diese dann dementsprechend zu verkaufen. Und genau das Thema Verkaufen will ich noch einmal vertiefen. Einige haben es nicht verstanden. Angenommen, ich verkaufe eine Million Crowdsrop-Token auf einen Schlag, dann haut das natürlich im Volumen eine relativ negative Zahl hinein. Das bedeutet, ich kriege jetzt nicht für eine Million bei 0,09 Cent, sondern es wäre dann eine absteigende Zahl. Das bedeutet dann, ich hätte vielleicht irgendeinen Durchschnitt von 0,07 Dollar, wo ich dann im Endeffekt bekomme, weil natürlich der Abverkauf von jedem Token natürlich den Preis negativ beeinflussen kann. Das solltet ihr euch unbedingt beherzigen, damit ihr euch da nicht die Finger verbrennt. Genau, dann gibt es natürlich dann noch weitere Listings. Da sind wir gespannt. Da sind drei neue Dexes gespannt, um eben das Best-Pricing-Modell rauszuholen. Und natürlich, wie gesagt, dann am Ende des Jahres das ganze Thema mit den Opportunities, was wir in den Videos bereits schon vorgestellt haben. Das bedeutet, ihr habt dann relativ gute Möglichkeiten, durch ein einfaches Money geführt zu werden, um eben sensationelle Stakings zu machen. Und das unter anderem eben auch bei Curve mit den Stablecoins. Also kann es auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt sein. Ich zu meinem Teil feiere es weiterhin. Bin da sehr stolz, dass ich da voll mit dabei sein darf. Natürlich eben auch auf der Webseite sehr stark. Immer wieder auf Präsenz. Und ja, das freut mich natürlich sehr für das Vertrauen, was Crowdsport mir schenkt. Und natürlich auch im Gegenzug das Vertrauen, was ich Ihnen zur Verfügung stelle, indem ich eben auch hier investiert bin. So, das war es zu diesem Thema. Jetzt würde ich sagen, wir gehen ab in die Chart-Analyse. Und hier in der Chart-Analyse sehen wir aktuell folgendes Szenario. Was wir unbedingt im Auge halten müssen, ist, dass wir hier in der Kurzfristigen bereits dran sind, wieder bearisch zu crossen auf der bullischen Seite. Das ist ein relativ starker Impact. Ist aber nur auf der kurzfristigen Seite. Hier wären wir aktuell relativ im Schnitt. Aber nichtsdestotrotz würde es passen zum aktuellen Rising Wedge, was wir hier eingezeichnet haben, den aufsteigenden Keil. Das würde aktuell sehr gut passen. Auch die RSI gibt mir eher so eine kleine Tendenz nach unten. Wir wissen, dass die S&P 500 ebenfalls bereits schon stark den Bitcoin beeinflusst, auch den Nasdaq. Und da haben wir jetzt hier aktuell ein bisschen negativer Renews als positiver Renews. Aus diesem Grund gehe ich hier nochmal davon aus, dass wir hier einen leichten Dump nach unten sehen. Was aktuell sehr wichtig ist, ist das, was ich euch hier eingezeichnet habe, nämlich den Cross der EMA 200 mit der J-Riven. Das ist ein bearischer Cross. Das zeigt eigentlich, Achtung, jetzt ist es eher ein bisschen bearisch gestimmt. Seid da vorsichtig. Und gleichzeitig sehen wir, dass sich die J-Riven zusammenschnürt und uns bereits schon wieder sagt, okay, wir gehen in irgendeine Richtung. In der Regel ist es so, wenn die Schwarzen mit der blauen Linie sich überkreuzt und die anderen Fächer wieder auseinandergezogen haben, dann redet man eigentlich von einem bullischen Cross, wo es wieder nach oben geht. Aber wir haben einen frischen bearischen Cross hier jetzt aktuell gesehen und die Tendenz, dass wir hier eher nochmal runterfallen, ist aktuell gross anhand der Indikatoren, anhand der News, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und aus diesem Grund habe ich anhand der Fibonacci euch jetzt die Möglichkeiten mal rausgesucht, was wären denn optimale Ziele, um zu sagen, okay, ich würde jetzt in diesem Preislevel vielleicht nochmal nachkaufen oder erst einsteigen. Ist aber keine Empfehlung. Mein Empfinden, so wie ich es tun würde, für euch ist es natürlich wichtig, betreibt ein eigenes Research und prüft es nochmal auf eigene Sache. Ja, also das erste Level wäre dann beim 0,382 Level, wo immer die Wahrscheinlichkeit da ist, dass wir wieder nach oben abspringen können. Das wäre dann bei 0,089 Dollar. Dann hätten wir bei 0,087 Dollar auf dem 0,05er Fibonacci das Level, was uns sagt, die Korrektur falls abgeschlossen oder eben sie geht weiter. Und dann beim goldenen Schnitt bei 0,085 Dollar und zu gutem Schluss plus minus am Zieltarget dann bei 0,081 Dollar. Ganz vergessen darf man nicht, wir sind immer noch in einem Abwärtsdrehenkanal. Dieser Abwärtsdrehenkanal geht natürlich weiter hinunter und da wissen wir natürlich aktuell nie, wie lange das gehen kann. Es kann zwei, drei Jahre gehen, es kann auch nur noch bis Ende dieses Jahres gehen. Wenn der Krieg in Russland endet, kann das eine gewisse Erholung geben. Nichtsdestotrotz braucht Europa relativ viel Geld, um eben auch Ukraine wieder neu aufzubauen. Also immer wieder mit Geld verbunden. Was wir hier aktuell sehen können, ist, dass wir hier diese Levels noch haben. bei 0,066 Dollar, dann nochmal bei 0,58 Dollar und 0,048 und so weiter und so fort, bis wir dann bei 0,0297 sind. So, das sind so die Worst-Case-Szenarien, die ich aktuell sehe. 20 Dollar Cent wäre auch machbar, das hat man nicht vergessen. Wenn man denkt, wo wir damals nach der Auktion gestartet sind, kann man natürlich auch diese 20 oder respektive 18 Dollar Cent in Betracht nehmen. 0,018 Dollar Cent, so korrigieren. Das war es, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da. Bist du Crowdshop investiert? Wenn ja, schreibe es unten in die Kommentare, würde mich natürlich freuen, wenn du sagst, nein, noch nicht, aber ich würde gerne, ich weiss noch nicht genau wie, wenn du Hilfe brauchst, auch das kannst du in die Kommentare schreiben. Ansonsten komm zu uns in die Telegram-Gruppe, da wirst du auf jeden Fall rundumfänglich bedient. Ja, es ist alles kostenlos, also einfach reinkommen und Spass ab. Ich sage Tschüss aus der Schweiz, bleibe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss.